Hi, hier ist Max und willkommen zurück Zur 20. Folge der Linkenheimer Gespräche Es hat wirklich lange gedauert Aber ihr wisst, wie es ist Alles ist scheiße, alles viel Arbeit Aber trotzdem, Hirat ist wieder mit im Studio Yes, Hallöchen Und wir haben in dem Sinne was zu feiern Einen Geburtstag Richtig, ja Nämlich den Geburtstag meines Steam-Accounts Ganz genau Mein Steam-Account wird, je nachdem wann die Folge rauskommt Stand heute in nahezu exakt zwei Wochen, 18 Darauf sollten wir anstoßen Denn ausnahmsweise habe ich mein Getränk hier in der Hand Prost Zum Wohl Mein Steam-Account wird, 18 Steam, muss man sagen, generell wird erst in 10 Tagen, 18 Am 12. September 2003 ging Steam an den Start Und drei Tage später hatte ich meinen Account Wahnsinn, direkt Ich bin sozusagen recht früh mit dabei Half-Life 2 war ja der Grund Das ging ja nur mit Steam Haben ja alle früher gesagt Ja, warum dieser Zwang und so Heute ist Steam ja Gang und Gäbe Richtig, ja Und ich finde, das müssen wir feiern Denn ich finde es immer noch wahnsinnig lustig Ab und zu klickt man Spiele an So, sind die alt genug, um dieses Spiel anschauen zu können Ich denke, mein Steam-Account ist fast alt genug, um dieses Spiel anschauen zu können Wie jung muss ich sein? Oder wie alt muss ich dann sein? Also, das finde ich immer so wahnsinnig interessant anzuschauen Hirat, Hosen runter, wie viele Steam-Spiele hast du? Ich kann es dir gerade nicht ganz genau sagen Aber es sind irgendwie so um die 160, glaube ich, oder so Ist aber eigentlich auch schon ordentlich Das ist ganz ordentlich Es sind mindestens 120, das weiß ich ganz sicher Ich weiß nicht, wie viele Zusatz-Sachen da noch mit reinzählen Also irgendwelche Erweiterungen Und dann gibt es da noch irgendwie Was kommt da noch mit rein? Was vielleicht gar kein ganzes Spiel ist Software ist Aber die werden teilweise separat aufgelistet Die werden separat Ich habe aber, glaube ich, nur eine Software Ja, aber so, ich würde mal sagen Save 120, wahrscheinlich mehr Ist ja auch schon eine ordentliche Menge Das ist richtig Als wir vor, was weiß ich, 10 Jahren oder so Wir benutzen beide Steam ja auch schon super lang Du hast ein bisschen später angefangen Ich habe den zweiten Account vor allem Denn das desaströse ist Ich habe tatsächlich keinen Zugang mehr zu meinem ersten Steam-Account Und das hat etwas damit zu tun Das weiß ich gar nicht mehr Dass ich den auf irgendeine E-Mail-Adresse habe laufen lassen Und ich glaube, ich habe diese E-Mail-Adresse geschlossen Also ich müsste, ich würde den, glaube ich, irgendwie recoveren können noch Da müsste ich aber mit Steam dann irgendwie kommunizieren und so weiter Wie viel, also, wird sich das lohnen? Nein, da waren nur drei Spiele oder so drauf Okay Aber das wäre insofern interessant Mit Day of Defeat, Counter-Strike Genau Mein Entree war ja dann Counter-Strike tatsächlich Ja Und das war auch ganz lange das einzige Spiel tatsächlich Also ich habe Steam wirklich nur für Counter-Strike benutzt Und habe dann irgendwann, weil du es dann so richtig benutzt hast Wie du es eigentlich auch heute schon benutzt Tatsächlich, nur mit den Beschränkungen von damals War ja damals auch nicht so groß Richtig Habe ich dann irgendwann angefangen Und dann mit dem ersten richtigen Summer Sale war es dann um uns geschehen, oder? Richtig, ja Denn ich habe fast noch mir die Mühe gemacht, noch mal zuzulangen Denn sonst hätten wir noch ein zweites Jubiläum Denn ich habe jetzt fast die Tausends Das ist so krass Ich bin bei 978 Spielen Und eigentlich sind wir da schon direkt beim ersten Thema Ja Denn von diesen 978 Spielen Habe ich einen Haufen noch nicht mal installiert, glaube ich Ja Also, ich meine, du kennst es wahrscheinlich auch Jetzt gehen wir aber ein bisschen zurück Zu Spieleboxen Ein bisschen in die 90er Ja, gerne, sehr gerne Das muss man, glaube ich, auch so, um das gegenüberzustellen Ich würde das jetzt gerne verknüpfen Hast du Spiele in Boxen, die du im Prinzip nie gespielt hast? Und ich meine es wirklich Klar, vielleicht hast du es mal installiert, mal reingezockt Aber wo du relativ schnell gesagt hast Näh Hast du solche Spiele? Also habe ich keine mehr übrig, tatsächlich Ich habe nämlich sowieso nur noch Oder gibt es diese Spiele? Ja Doch, da gibt es das eine oder andere Ich kann dir aber gar nicht mehr genau sagen, was das war Tatsächlich Ich weiß noch, dass ich irgendwann mal Das wäre so ein Fall gewesen Outpost ausgeliehen bekommen habe Okay Und das habe ich irgendwie ganz kurz gespielt Und das war einfach desaströs Und das wäre so ein Spiel gewesen Aber eigentlich nicht so richtig Denn das war ja alles damals sehr limitiert Das heißt, wenn man ein Spiel besessen hat Vor allem noch in diesen großen Boxen Die haben so eine Normierung Die haben so einen bestimmten Namen auch Ich weiß aber nicht mehr, wie die heißen Dann war es tatsächlich so Dass man sich da mit viel Hingabe Auch diesem Spiel gewidmet hat Man hat das Handbuch studiert Man hat es mehrfach sogar studiert Weil man manchmal einfach Naja, auch in Prä-Internet-Zeiten Naja, oder so In Zeiten, da wir keinen Internetzugang hatten So kann man es vielleicht auch sagen 97 abwärts, sage ich jetzt einfach mal Da war es eben so Dass man beschränkte Ressourcen hatte Und dann hat man sich eben dieses Dieses Handbuch ganz oft angeschaut Vor allem, wenn es ein gutes war Ist ja auch eine Art des Rituals Ich meine, auch heute gibt es ja noch Diese Unboxing-Videos Richtig, ja Von allem bei Spielen eher selten Außer es ist so eine coole, super Edition Aber es gibt ja Unboxing für Uhren Unboxing für Smartphones Unboxing für eigentlich alles Staubsauger Ja, irgendwie Irgendwie kann man da alles mitmachen Also das heißt, die Box gehört ja irgendwie schon Zu dem Ganzen Zu der Erfahrung mit dazu Ganz genau Ich meine, wir können nachher dann über die Erfahrung Des Kaufens bei Steam sprechen Die ist auch eine eigene Erfahrung Das ist ganz wichtig Aber eine Box aus dem Laden mitzunehmen Ach, das war was Besonderes Ist natürlich nochmal was, äh, was Eigenes Ich überlege gerade, ähm, ob ich geboxte Spiele habe Die ich eigentlich nicht gespielt habe Und ich glaube, wenn waren es Geschenke Du hast mir mal Dominion Storm Over Gift 3 geschenkt Ja, ja Und ich habe das irgendwann mal sehr viel später installiert Und zum Laufen gekriegt und dachte mir Danke Und mehr sage ich jetzt dazu Habe ich auch überhaupt nicht Weil ansonsten, wenn ich jetzt Ich habe ganz viele der Boxen gar nicht mehr da Wenn ich jetzt darüber in meinen Schrank gucke Da stehen nur noch so ein paar Eigentlich nur noch ein paar Ganz viele sind bei mir daheim auf dem Dachboden Aber hochwertig, ja, hochwertig Ein paar habe ich dann erst später noch gekauft Hier, Kernels Bequest habe ich nie geboxt gehabt Das habe ich mir dann bei Ebay geholt EcoQuest, also die Sachen, die ich dann für Retromnesia mir besorgt habe Aber C&C steht da noch Die Erweiterung sehe ich zumindest Ja Die Erweiterung vom ersten Teil vor allem Ja Wenn ich das richtig sehe, oder? Ja Oder es ist von Alarmstufe Rot schon Nein, das ist vom ersten Teil Das ist vom ersten, glaube ich, ja Genau Und überhaupt, Sam & Max Ja, also Toll Ich weiß gar nicht, was meine erste Box überhaupt war Also an die Erste, an die ich mich wirklich erinnern kann Ja Das war die Box von Monkey Island 2 Ja Mit auf diesem Schiff, wo Lechak mit dieser Voodoo-Puppe und Ja Das war die Erste, an die ich mich erinnern kann Aber ganz viele sind dann auch Ich glaube, bei vielen wüsste ich nicht mehr, wie die Boxen aussehen Gut, ikonisch, die Boxen von Final Fantasy Ja Also dann ab sieben, also weiß Weiß mit dem reduzierten Schriftzug mit Hintergrund Die hatten ja dann auch ein Erkennungsmerkmal Das war schon dann wirklich so Mit einem ästhetischen Verkaufswunsch Mit einem ganz direkten Das hatten zwar andere Boxen quasi auch Also natürlich hatten die ein Marketing Die wollten ja immer mit der Box dann auch was repräsentieren Und vor allem etwas repräsentieren, was dann später natürlich gekauft wird, logischerweise Aber manche haben dann vielleicht den Fokus wirklich stärker auf die Inhalte des Produktes gelegt Ja Und nicht allzu sehr einen Aspekt herausgegriffen, der dann nur marketingtechnisch funktioniert Ja Ich erinnere mich an meine erste Box tatsächlich Ja Auf jeden Fall Das war nämlich Dune 2 Okay Tatsächlich, ja Ja, über den hatten wir ja ab und zu mal sogar schon gesprochen Richtig Wie sieht die Box aus? Ich bin da relativ spät dran, muss ich vorweg sagen Denn ich hatte schon die CD-Version Die eigentliche Version war, glaube ich, noch eine Die ursprüngliche ist tatsächlich noch auf Disketten Ich glaube ja Ohne Sprachausgabe dann wahrscheinlich Genau, genau Die Box, das war eine Und das war schon Das war schon, glaube ich, ein anderer Publisher Die war so schwarz oder dunkelblau Und hatte in der Mitte So eine Art Fenstereinlassung Und da Stand dann eben Dune 2 drin in diesem roten Schriftzug Und ich meine noch, dass man irgendein Vehikel oder so gesehen hat Ganz genau kann ich es dir nicht mehr sagen Aber so ist es vage in meiner Erinnerung Ich habe die Box nicht mehr Ich habe nur noch eine Box zu Hause Okay Und das ist Das soll eine gute Box sein Das ist Ja, es ist was Es ist was Spezielles Denn es ist was für Fans Und es ist was, was ich zu meinem 14. Geburtstag geschenkt bekommen habe Oder der 13. vielleicht sogar Ich weiß gar nicht mehr Und das ist ZIF 2 Tatsächlich Okay, ja Das war ja dein Spiel Ich habe ZIF 1 schon gespielt Und ZIF 2 habe ich aber so richtig selbst gespielt ZIF 1 war ich noch so jung, dass ich es nicht richtig gerafft habe ZIF 2 war ich gerade so jung, dass ich es spielen konnte Aber habe auch vieles noch nicht geblickt Und genau, das habe ich bis heute noch Das hat auch ein fettes Handbuch Und diese Da waren ja manchmal nur noch Karten dabei Bei ZIF war so eine So eine Technologie-Map noch mit drin Und so weiter und so fort Also genau, das waren meine Die Boxen waren ja so Auch dann Vielleicht später dann So ein Kennzeichen des True Gamer Richtig, ja Ich unterstütze meine Spiele noch richtig Ich kaufe die Boxen Ja Ich will das Spiel als Gesamtkunstwerk verstehen Und da gehört die Box dazu Und das Installieren von der CD Und legen sie CD 2, 3, 4, 5, 6 ein Was auch immer Und ich weiß noch Du hast es vorhin selber angesprochen Wir haben irgendwann gesagt Wir, wir sind die True Gamer Genau Wir kaufen die Boxen Und jetzt stehen wir da Und eigentlich, ich glaube Die einzigen Boxen, die ich noch kaufe Sind für die Playstation Ja Aber meistens auch wegen Aus Bequemlichkeitsgründen Weil im PSN-Store An der Playstation zu kaufen Wo man immer seine Scheiß-Kreditkartennummer Ja, nervt mich Nervt mich Und dadurch, dass die Spiele Ja heute auch so groß sind Muss ich immer gucken Wenn ich das installieren will Ohne dass eine Blu-Ray dabei ist Wo die hauptsächlichen Daten drauf sind Muss ich irgendwas anderes erstmal deinstallieren Weil überhaupt nicht genügend Platz drauf ist Nicht genug Platz, ja Deswegen ist mir das da meistens noch zu doof Die kaufe ich mir oft noch Aber ich glaube Eine Computerbox Habe ich mir bestimmt Ewigkeiten, oder? Also ich glaube die letzte Die ich kaufe habe ist Resonance Stehe da drüben Das ist aber von einem Adventure Game Also vom AGS-Studio Die haben das gepublished Das ist ja dann wirklich Support auch Genau Aber vor allem witzigerweise Ich habe die irgendwann im Saturn gesehen Und dachte Oh krass Ganz schön weit gepublished Und das ist glaube ich Eine der letzten Die ich mir Gekauft habe Als PC-Spiel Ansonsten Ich habe es vorhin gesagt Ich wüsste gar nicht Wo ich diese 978 Boxen Hinstellen soll Ich würde ja ertrinken Hier im Kartonage Du hättest eigentlich Einen eigenen Laden dann Eigentlich schon, ja Und Warum glaubst du Haben wir Sind wir nicht mehr die True Gamer Die wir sein wollten Sondern haben gesagt Komm Steam Kauf Ja Also Da muss man glaube ich Ein paar Sachen mit reinnehmen Wir haben ja gesagt Wie du es gerade beschrieben hast Ne Und wir werden nie online und so Und das war schon Auch als die kleinen Packungen rauskamen Also diese DVD-Hüllen Ja Da haben wir ja schon gesagt Ja Das ist ja eigentlich schon nichts mehr Und das Handbuch ist da so eingestampft Wenn es überhaupt noch eins gibt Ja Und das ist ja irgendwie nicht der Real Deal Und was soll der Scheiß eigentlich Haben dann aber relativ schnell Weil wir ja dann auch keine andere Wahl hatten Die Sachen gekauft Ja Und ich erinnere mich zum Beispiel noch Dass ich da manchmal noch so 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 Convenience Buying quasi gemacht habe Und Das war dann so Ende Studium Im Studium, Ende Studium, Anfang Referendariat vielleicht Nee, eigentlich noch im Studium So 2,13 rum dann Spätestens 2,13 Ich will sogar eher sagen so 2,11, 10, 11, 12 Okay Da war es manchmal so Wenn wir jetzt zum Beispiel Wenn ich dich besucht hatte Und wir sind dann nochmal im Supermarkt Um uns einzudecken fürs Wochenende Dann stand man da so im Kaufland Oder in irgendeinem anderen großen Lebensmittelkaufhaus Und die hatten dann manchmal an der Kasse Oder auch drin dann so Spiele Ja Und neben den Blu-Rays und DVDs Und da war dann irgendwas reduziert Noch irgendwie so Von dem hinterletzten Publisher Und da habe ich dann manchmal noch zugeschlagen Aber das Waren schon die DVD-Hüllen Und das war eigentlich auch schon ein Nostalgie-Kauf So Warum haben wir Gesagt Wir werden nie Online kaufen Naja Diese Erfahrung In den Laden Zu gehen Hatten wir ja vorab schon Auch in einer anderen Folge mal besprochen Da zu gucken Man hatte ein begrenztes Budget Man Man hatte nicht alles verfügbar Also man konnte ja auch nicht immer alles spielen Was man wollte Oder vieles zumindest Was man wollte Und Da musste man eben haushalten Man hat sich ja gegenseitig auch Sachen ausgeliehen Oder wir haben mal ein Spiel getauscht Auch einfach und so weiter Also die Ressourcen waren begrenzt Und Dieses Erlebnis reinzugehen und zu kaufen War einfach was Was besonderes Weil man sich's halt nicht immer rauslassen konnte Ja So Vor der Folie glaube ich Muss man in diesen Online-Kauf reingehen Denn Wo ich zumindest Und ich glaube dir geht's eh nicht Ich kann's ja gleich mal sagen Dachte Das wird irgendwie nix Wenn man online kauft Fehlt dieses ganze Spiel-Erlebnis Das stimmt so nicht Ja Also jetzt kann man tatsächlich Auch von zu Hause aus Sich ne Coke aufmachen Und dann so durch die Durch die virtuellen Regale browsen Kann irgendwie Tags suchen Oder einfach auch So komplett irgendwie ins Blaue hinein Ja Schauen Was gibt's denn eigentlich Und im Endeffekt Ist es tatsächlich so Das was man früher gemacht hat Nämlich in die dritte oder zweite Reihe zu greifen Im Regal Was rauszunehmen Zu gucken Da hab ich irgendwann mal In der GameStar Oder in irgendeiner anderen Zeitung Ein bisschen was gelesen Ja Schauen wir mal die Bilder hinten an Was ist denn das eigentlich für ein Spiel Ah das kostet aber irgendwie doch dann 50 Mark Ah das ist jetzt vielleicht doch zu teuer Stell ich's lieber wieder zurück Das hat man im Endeffekt bei Steam Jetzt auch nicht anders Oder bei Good Old Games Oder bei irgendeiner anderen Plattform Im Endeffekt Ja Da Macht man selbiges Aber Ich glaube und Das ist vielleicht der Vorteil Dann den eine Plattform hat Man hat natürlich eine sehr viel größere Auswahl An Indie Titeln Die als Box Vielleicht nie erschienen wären Richtig Weil sich der Vertrieb Gar nicht gelohnt hätte Ganz genau Das ist natürlich ein ganz besonders Großer Vorteil Von dieser ganzen Online Geschichte Denn Da können ja dann tatsächlich auch Indie Hersteller Richtig Ihre Spiele Und jetzt auch so gegeben Ja Also Die hätten ja eine eigene Indie Plattform Dann vielleicht gehabt Aber ich glaube die Tatsache Dass die ja dann auch Wirklich Neben Den Triple-A-Titeln stehen Hilft vielleicht dem ein oder anderen Spiel auch Weil man weiß Okay Die stehen vielleicht irgendwie gedanklich auf einer Ebene Stimmt natürlich nicht Auf Steam ist auch ein Haufen Grabbelware dabei Wo du denkst Alter Eigentlich hättest du das nicht mal Als kostenlose Dreingabe auf irgendeine Serie stecken dürfen Ja Aber das ist natürlich dann auch der Das Problem vielleicht Aber auch der Vorteil an Steam Dass man halt auch wirklich einen Haufen Zeug kriegt Und man auch nicht sagen kann Wie oft es mir passiert Nicht so oft Aber oft genug Dass ich in den Laden gehe Und das Spiel war nicht da Richtig ja Weißt du Hey ich will Ich will Was weiß ich Mir ging es glaube ich Aber was ging es mir so Ich bin mir gerade nicht sicher Aber ich bin irgendwann mal In den Laden gegangen Und wollte mir vielleicht Ich glaube ich wollte mir Vollgas kaufen War aber nicht da Habe ich mir Fade to Black gekauft Weil ich das Geld hatte Ja Also wir hatten da diesen Laden Joypad hieß der In Linkenheim Großartig Und bin halt hier Wünsche Demo Wünsche Demo Und wollte mir halt dieses Spiel kaufen Aber das was ich haben wollte War nicht da Ja Und dann dachte ich mir Okay gehe ich jetzt heim und warte Bis ich irgendwo anders mal bin Weil ich wollte ja was spielen Ich hatte mich darauf eingestellt Begrenzte Ressourcen Dass ich abends mir was installieren und spielen kann Dachte ich Ja ja komm Fade to Black Ballereien Eins von denen die ich mir gekauft habe Die ich aber nie durchgespielt habe Weil die auch sackenschwer sind Schwer ja viel zu schwer Dafür haben wir uns die ganzen Todesvideos immer reingekommen Richtig ja Ja das wäre fast schon wieder eine eigene Folge wert Dieses Durchbrowsen der CDs und Disketten Nach Dateien, Videos, Sounds Was kann man irgendwie ne Manchmal hat man ja auch so ein bisschen Die Sachen gesammelt Ich weiß nicht Ich hatte dann mal irgendeinen Ordner Wo ich dann Das war auch noch prä-Internet Dann einfach irgendwelche Audio-Files hatte Oder Videos Einfach nur Ja Weil man halt sonst Das war was Besonderes Ästhetisch Das dann eben noch auf dem Monitor zu sehen Ja Überhaupt zu haben Ja richtig Und heute haben wir Vielleicht so eine Also mir geht's oft so Ich hab's ja vorhin selber gesagt Ganz viele von den Spielen Hab ich nicht mal angefasst Ja Also es ist ja eine ganz andere Art Dann von kaufen auch Und da kommt dieser Sale-Charakter Richtig Richtig ja Weil ich kann mich jetzt nicht dran erinnern Aber dass man mal in Laden gegen ein Spiel War im Sonderangebot Eher nicht Weniger Da hat man eher so diese Diese kostenlosen In Anführungsstrichen Kostenlosen Vollversionen In PC-Magazinen dann abgegriffen Ja Oder Bestseller-Games Oder so Genau solche Sachen So Sonderausgaben dann GameStar oder anderen PC-Games Und so waren Ja genau Richtig Aber heute läuft ja Es läuft ja ständig ein Sale auf Steam Richtig Früher war der Summer Sale So das Ding Aber es ist ja Es ist dann gibt's ein Chinese New Year Sale Genau Autumn Sale Halloween Sale Oder einfach sei es auch nur Thanksgiving Sale Du kannst ja Kannst ja eigentlich Brauchst du keine vier Wochen warten Ist irgendein Sale am Stand Richtig Die Publisher Weekends Die Publisher Weekends Und die sind ja teilweise Wirklich auch Lukrativ Außer es geht um Call of Duty Die eigentlich nie Runtergesetzt sind Da habe ich auch Keinen einzigen Teil In meiner Bibliothek Nee Doch Obwohl ich Modern Warfare 2 Ganz cool fand Aber sonst nix Doch Black Ops 3 Aber das war auf Origin Glaube ich dann Nein Das haben sie ja dann Über Battle.net Haben sie das verkauft Gar nicht über Steam Battle.net von Blizzard Ich weiß es nicht Aber Es ist irgendein juristischer Kram bestimmt Irgendein Kram Können wir auch gleich noch Über diese Masse An Plattformen Dann nehmen Aber Man sieht dann halt irgendwas Und kriegt ja dann die Angebote Dann hey Hey hier 80% runtergesetzt Und dann kommt so das Primitive Eidechsen-Gehirn Und sagt Kaufs Kostenlos Aber ist ja gar nicht kostenlos Aber man greift dann zu Und man denkt Aber irgendwann habe ich vielleicht Bock auf das Spiel Und dann habe ich es da Und wenn ich es mir jetzt Für 1,50 kaufe Und dann in einem Jahr Wenn ich es spielen will Kostet es aber 20 Euro Wie viel es eigentlich kostet Ja Dann habe ich jetzt ein Schnäppchen Genau Manchmal ist es dann auch Wirklich so Also ich erinnere mich Dass ich zum Beispiel Ein heiß und hochgeliebtes Spiel Von mir Nämlich Witcher 3 Tatsächlich im Sale Gekauft habe Für 7 Euro Ich hatte es vorher Auf der Playstation Schon durchgespielt Und es ist eins Der wenigen Spiele Die ich Wo ich nah am Platin dran war Nicht Nicht dass ich es jetzt gemacht hätte Dazu hätte man viel Von dem Collectors Kram Noch machen müssen Aber da habe ich echt Das habe ich gut gegrindet Sage ich mal Und lange Und das habe ich mir aber Für den PC nochmal gekauft Weil ich es einfach nochmal In einer besseren Grafik Und am PC Einfach auch nochmal spielen wollte Und da ist es wirklich so 7 Euro Das hat zu der Zeit Noch 49 gekostet Ist super Schwierig wird es immer bei GTA Ja Da gab es selten mal Also da gab es ein Sale Da war das aber Nur Ja vielleicht 10 oder 20 Euro Runtergesetzt maximal Ich erinnere mich zum Beispiel Dass GTA 4 Sehr lange noch 30 Euro gekostet hat Und da war es mal so Auf 21 99 runtergesetzt Oder sowas Aber du hast natürlich recht Also Man hat da dieses Ich muss zuschlagen Gefühl Ja Und voll oft geht es mir genauso Dass ich eigentlich mich ransetze Und denke Hey Du hast eh schon Nur so begrenzt Zeit Und dann diese Riesenbibliothek Die du gar nicht Ja Also wo du gar nicht rankommst Ah Moment Da ist gerade Was ist denn da im Sale Na da gucke ich mal Interessant Das könnte mir Ach so meine Ach ich kaufe es jetzt einfach mal Ja so 7 Euro Und dann Naja 7 Naja ich setze noch was drauf Komm 13 13 Ich kann noch 20 machen Oder 50 Und dann gebe ich halt irgendwie So 70 Euro aus Weil ich da noch so ein paar Andere Sachen mitnehme Ja Und die Lümmeln dann so rum Ja Und mir ist es sogar schon passiert Dass ich dann auf einer anderen Plattform Das gleiche Spiel nochmal gekauft habe Weil ich dachte Ach bei Good Old Games Ist Quest for Glory Gerade im Angebot In der In der Collectors Edition Sag ich schon In der Also vollständig quasi Alle Teile Ja Nimm mit Oh das habe ich schon Runaway habe ich zum Beispiel Sowohl bei GOG Als auch bei Steam Aber es gibt schon manche Spiele Das ist bescheuert Genau Also ist ja auch Ist ja auch ein Massenphänomen Du kannst ja die Ja richtig Bei den Achievements auf Steam Kannst du ja schauen Wie viele Leute die haben Ja Ja hast du 70% der Leute haben dieses Achievement Ja Und interessant ist ja Manche Spiele Da kriegst du ja das erste Achievement Relativ schnell Einfach weil du das Spiel spielst Ja Nach spätestens einer halben Stunde Und wenn du dann bei denen guckst Wie viele haben eigentlich Dieses erste Achievement Für das man das Spiel Mehr oder weniger Eigentlich nur starten muss Ja Und eine halbe Stunde spielen Und du siehst Naja 70% haben das Weißt du okay Ein Drittel der Leute haben das Spiel Eigentlich nicht mal angemacht Ja Und dann weiß man Ja Geht mir ja auch so Manchmal habe ich Spiele Denken mir Ja das Das fände ich theoretisch interessant Ja Aber ich kann ja diese Menge Auch überhaupt nicht spielen Richtig Weil die sind ja auch immer Auch relativ lang Jetzt natürlich gerade Die Triple A Oder Doppel A Spiele Ja Auch sehr locker 10 20 Stunden Wenn es ein größeres ist Ist auch 40 50 Stunden Aufwärts dran Und Aber da hat sich auch Ich glaube ich Mein Spieleverhalten Ein bisschen geändert Bei ganz vielen Spielen Habe ich mir irgendwann gedacht Okay mir reicht es jetzt Ich habe glaube ich Alles gesehen Was das Spiel zu bieten hat In künstlerischer Hinsicht Und dann ist man raus Bei Assassin's Creed Den letzten Teilen Ging es mir so Deswegen kaufe ich das auch nicht mehr Bei Odyssey habe ich Tatsächlich irgendwann Nach 15 Stunden Und das soll am Ende Ja noch richtig cool werden Okay Das hat wohl diese Diese mittleren 15 Stunden Die richtig abartig langweilig sind Danach kommt nochmal Ein richtig geiler Teil Aber ich konnte mich Nicht mehr durchquälen Diesen Scheiß zu spielen Kann ich super verstehen Und ich habe andere Spiele Wie Binding of Isaac Habe ich ja 300 Stunden drauf Oder 1000 Oder was auch immer Weil man das halt auch mal so spielen kann Genau Aber bei Assassin's Creed Dachte ich Nein Ich möchte meine Zeit nicht mehr Weiter in dieses Spiel versenken Auch wenn ich das Ganz sicher nicht zu einem Sale gekauft habe Aber manche Spiele kaufe ich mir Wenn sie rauskommen halt Genau richtig Das mache ich auch ab und zu Noch nicht so häufig wie du Aber ich habe dann auch Manchmal bei bestimmten Sachen noch Das geht dann irgendwie Auf die Wishlist Und dann Das muss jetzt sein Und Also Ich kenne das voll und ganz Die Zeit ist ja auch einfach limitiert Ich finde Damals Also mit damals meine ich Sagen wir mal Den Zeitraum zwischen 94 Sagen wir mal großzügig 94 Oder wenn wir richtig großzügig sind Nehmen wir sogar 92 93 Bis 2010 Sagen wir einfach mal die Zeit Ja wobei 2003 2006 Ja ne ich habe gerade überlegt Bei 2010 Da war ja schon mit Steam und alles Ja ja Aber sagen wir einfach mal 2003 Einfach so Aus Scheiß 93 bis 2003 Die 10 Jahre Da Hatte man einfach mehr Zeit Als Schüler Man hatte aber weniger Geld Um sich Oder wir zumindest Wir beide Um sich ständig Spiele zu kaufen Ja Jetzt ist ja so Wir rackern uns ja den Arsch ab Damit wir uns auch ein bisschen Was rauslassen können Und dann tut es eben nicht weh Wenn man beim Sale mal so richtig zuschlägt Oder auch so einfach zuschlägt Und sagt Ich will das jetzt haben Ja Und bin bereit dafür Den Preis zu zahlen Einfach Und Ich kenne das aber Aber dann auch Dass man dann dran sitzt Und hat man so ein Mords So ein episches Spiel vor sich Und kann das aber nur Eigentlich spielen Wenn man das so ein bisschen macht Wie Hausaufgaben Nämlich kontinuierlich Die ganze Zeit Richtig ja Sonst ist man raus Und ich bin ja schon raus Bei den Spielen Die ich gerne spielen würde Aus Nostalgiegründen FF7 ist da so ein Beispiel Das könnte ich immer wieder Anfangen Ist aber auch mega lang Richtig Und Ich Ich bin dann Nach zwei Stunden Midgard Bin ich Mit gar Entschuldigung Mit gar Bin ich dann Einfach raus Und dann spiele ich es Nach drei Wochen Noch mal eine Stunde Und denke irgendwie Habe ich den Anschluss An die Story verloren Obwohl ich sie ja kenne Du kennst sie ja in und aus Ja Ich kenne sie in und auswendig Und dann ist es durch Dann kann ich es einfach Nicht mehr spielen Ja Und deswegen finde ich es Total legitim Wenn du sagst So ich hab es jetzt gesehen Und 15 Stunden sind ja immerhin Doch auch schon eine ganz gute Zeit So viel haben wir ungefähr In Factorio zusammen investiert Ja 18 Stunden haben wir das gespielt Ja Aber Koop ist ja nochmal Eine andere Sache Dann ist das völlig okay Ich denke dann hat man Das was das Spiel zu bieten hat Abseits der Story vielleicht Die Mechaniken etc Die hat man dann Grundlegend raus Man kriegt ein sehr gutes Und für die Storys spielt Assassin's Creed so wie so Keiner mehr Wahrscheinlich nicht richtig Ja Also da Will ich sagen Hat sich was geändert Und Das hat auch etwas Mit dem Alter natürlich zu tun Ich wüsste jetzt natürlich gern Wie das so ist bei Bei unseren Schülern beispielsweise Die ja auch Steam Das weiß ich Weil wir ja auch ein bisschen Über Games dann quatschen und so Aber die Die haben halt Zeit Auch bei so einem Assassin's Creed Den Scheiß zu grinden Einfach Und Dann immer noch CS zu spielen Und immer noch irgendwie PUBG oder was auch immer Irgendwas anderes Das geht dann schon Aber bei uns ist es halt limitiert Selbst wenn wir uns Richtig viel Zeit nehmen Vielleicht jetzt bevor ich So einen Monolog führe Ich schließe gleich ab Ich habe Die letzten Wochen Tatsächlich Es häufig geschafft Zwischen Sagen wir mal Halb elf Und Ein Uhr nachts Zu zocken Was Wirklich Wirklich krass ist Und was auch nur In den Sommerferien geht Ich pack auch voll oft Gar nicht mehr Als diese zwei Stunden Einfach ja Es muss mich schon Wirklich Wirklich Richtig dran haben Da muss die Story schon sitzen Und noch was Dass ich einfach sage Ich bin müde Aber ich will jetzt weitermachen Ja Ist halt Aber ich glaube Was interessant ist Du hast die Schüler Angesprochen Also die kaufen ja auch alles Auf Steam und Kram Und wenn dann Dann schenken die sich Steam Gutschein Karten und Kram Da wird auch keine Box mehr gekauft Also ich glaube Gerade in dem Bereich Hat sich Sau viel geändert Unbedingt Ich glaube sogar Fast mehr Als im Filmbereich Klar Streamingdienste Netflix und so weiter Amazon Prime Aber ich glaube Alles was über Es läuft halt auf den Plattformen Für Umme Wenn ich sie abonniert habe Läuft Ich weiß es nicht Wäre so mein Eindruck Läuft nicht so gut Also ich weiß nicht Ob es viele Leute Bei Amazon Filme kaufen Online Ah verstehe Oder ob sie dann lieber Gleich die DVD kaufen Weil die ja tatsächlich Vom Preislichen Gar nicht mehr Den riesen Unterschied machen Wir müssen jetzt nochmal Eine kurze Abzweigung nehmen Max Okay ja Bitte erzähl Die Geschichte Wie wir Den Film Troja Angeschaut haben Ähm Erinnerst du dich noch Du meinst King Arthur oder Nee Das wäre auch eine interessante Geschichte Dann weiß ich gerade nicht Was du meinst Wir haben bei dir In Linkenheim noch Haben wir Troja geguckt Und Wir haben den Film Ausgeliehen Aber wir haben ihn nicht In einer Videothek Ausgeliehen Sondern telefonisch Ausgeliehen Bei Premiere Bei Premiere Genau Da haben wir nämlich Angerufen So alt sind wir So alt sind wir Dass wir das erzählen können Und da konnte man sich Telefonisch Dann diesen Film Ja Auf die Skybox Oder wie auch immer das heißt Ja das hieß dann irgendwie So Premiere Scheiße Auf die Karte halt Ja Konnte man sich das dann Bestellen und dann Anschauen Der wurde dann Privat gestreamt quasi Oder Richtig Wenn ich das richtig verstehe Musste man den runterladen Nee Das war ja einfach über Der lief einfach mehrmals am Tag Und du hast dann gesagt Ich möchte um Ich möchte ich den Zugang Zu der Zeit dann oder Genau ich möchte um 10 Uhr Möchte ich diese Ah ja ja Das war ein Mix noch Mit Fernsehen und Ja ja Richtig Stark Wusste ich nie mehr Ich weiß dass ich ab und zu Früher dann War doch so ein Scheiß doch wo ich das Versucht habe online zu machen Und ging nicht Ah ja ja Und dann rufe ich an Er so Ich hab gesehen Sie wollten Troja freischalten Ich so du Arsch ey Aber gut ist ja logisch Dass er das weiß Ja Und dann stimmt ja Aber die Aber wir sind ja gar nicht Bei Filmen Ich wollte kurz noch was Zu den Boxen sagen Wo wir gerade dabei sind Weil es geht ja hier um Verleih Man konnte ja auch immer Videospiele aus der Videothek ausleihen Exakt War ja auch eine Möglichkeit An Spiele zu kommen Ja Quasi quasi für wenig Geld Habe ich persönlich nie gemacht Könnte aber auch daran liegen Dass wir in Linkenheim Keine Videothek hatten Ja Hinten da diese Aber die hatten keine Spiele Du bist ein Stadtkind Ja Hast du Spiele aus der Videothek ausgeliehen? Ne Ne Ich weiß dass Meine Eltern noch VHS Kassetten Aus der Videothek Ausgeliehen haben Ich hab zum Beispiel Schindlers Liste meine ich Vielleicht täuscht mich da aber auch Hab ich auf VHS gesehen Ausgeliehen Mhm Und ich weiß auch noch Dass meine Eltern irgendwann mal Beim ZDF angerufen haben Weil sie eine bestimmte Tierdoku So toll fanden Dass sie die einfach haben wollten Dann kam Da konnte man das irgendwie kaufen Und dann kam das per Post einfach Videospiele nicht Weil ich war Ich durfte Seltsamerweise PC war kein Thema Alles cool Aber Konsole Durfte ich nicht Auch der Gameboy Den hat eine Tante von mir durchgesetzt Die hat die mir dann einfach geschenkt So dass meine Eltern Das machen können Obwohl die dagegen waren Genau Und es war auch alles dann nicht so schlimm Aber PC war in Ordnung Komischerweise Und deswegen Hab ich Auch mit der Konsole Meine erste war ja der Gamecube Tatsächlich Also sehr sehr spät Und da hatte ich eigentlich Noch einen Mario Kart glaube ich Das ist eigentlich wirklich Nur ein Mario Kart Das ist eigentlich auch schon Total daneben Was mir übrigens Auch meine Tante ermöglicht hat Die hat mir das Geld dafür Dann geschenkt einfach Aber egal Also was ich sagen wollte Ist eigentlich Ich war nie so das Konsolenkind Aus dem Schicksal heraus Und dementsprechend Viel von dem Verleih war ja Wenn nicht sogar fast alles War ja eigentlich Konsolen Weil es halt sicher ist Weil man es nicht so richtig kopieren konnte Richtig Und auch entspannter eben In der Anwendung Also wenn du diese Cartridges Noch von der NES Oder Super NES Dann hast du halt das Ding gehabt Hast du reingehauen Musst nichts installieren Los geht's Oder Gameboy Spiele oder so Aber das kenne ich Ne leider nicht Und PC Spiele kamen glaube ich Später auch Das war aber glaube ich Meine ich vielleicht auch nur Vielleicht gab es das auch gar nicht War wahrscheinlich Nicht so rentabel dann Weil die waren ja auch Meistens sehr viel länger Richtig Sobald Spiele so lang waren Dass du sie mit dem typischen Videotheken Wochenend aus Sowieso nicht mehr Durchspielen konntest Richtig Heute ist ja Also Bibliothek Läuft ja super gut Also jetzt Meine Nichte Die 6 Die spielt auch super gerne Klar und die leihen sich halt immer Die Switch Spiele Die spielt halt gern Zelda Von der Bibliothek aus Dann hast du es aber halt auch 2-3 Wochen Oder wenn es keiner will Länger Und da haben wir jetzt Skyward Sword gespielt Das ist ja gerade neu Das kostet 60 Euro Aber die Bibliothek hat es natürlich Ach cool Weil die das alles haben Dann haben wir Hab ich Meistens Skyward Sword gespielt Die fand ich sehr Also Mich stresst es ja total Wenn ich immer zocken muss Ganz schlimm Ganz schlimm Voll scheiße Nee Also Bibliothek ist ja tatsächlich Auch eine Möglichkeit Und die haben Wir waren auch Als ich bei meinen Eltern war In der Bibliothek Prinz Max Palais In Karlsruhe Ah ja Die haben eine relativ Große Auswahl an Videospielen Wow okay Aber dann auch Konsole natürlich Ja Also Nintendo Oder Playstation Xbox Playstation Switch Oder Wii U Klar die älteren Konsole Genau Aber da gibt es ja so viele Neue Gibt es ja gar keine anderen Oder Gibt es andere PS5 Also angeblich gibt es die Gut Die ist irgendwie nicht verfügbar Aber gibt es Absatz von diesen dreien Drei großen Gibt es irgendwelche Konsolen Die man Ist Google Stadia Nicht auch Aber ich glaube Das ist eben Boah keine Ahnung Es ist mal Ein anderes Ding Steam Oh gut Steam bringt ja Eine eigene Konsole raus Ja Okay Wusste ich gar nicht Bis Ich weiß gar nicht Du kannst vorbestellen Die bringt Ich glaube Anfang des nächsten Jahres Eine eigene Konsole raus Das ist total schlau auch Ja Da kannst du mit Speicher Und so weiter Mit verschiedenen Modellen Und angeblich sollen Alle Spiele Die auf Steam Verfügbar sind Sollen da irgendwie laufen Egal ob das jetzt Geil ist oder nicht Klar ist logisch Ein heftiges Spiel wird da Mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit nicht gut laufen Alles was eine Grafikkarte 2080Ti aufwärts braucht Spätestens da Wahrscheinlich auch schon vorher Ne weil so teuer ist Die Konsolen Also die gibt es Von recht günstig Bis arsch teuer Okay Ist alles dabei Und dann meldest du dich Bei deinem Steam Bekannt an Und darfst deine Steam Spiele spielen Was natürlich dann Ein Mörderding ist Weil du kannst dir dann Einfach sagen Ich will das jetzt spielen Letzt runter Spielst du das Und wenn man Wie wir eine relativ Ja formidable Sammlung hat Ist das eine Konsole Wo du die Spiele halt Eigentlich einfach schon hast Aber du kannst es halt mitnehmen Richtig Ansonsten Steam mitnehmen Auf dem Notebook Aber Also Ich glaube die Idee Ist total gut Das wäre sozusagen Jetzt wieder der Next Step Nicht nur Richtung VR Mal kurz gucken wie das Ding heißt Die Spielbarkeit Ja genau Schau du mal nach Sondern Es ist vor allem auch Dahingehend interessant Dass Es ja nicht Unwahrscheinlich ist Glaube ich Da bin ich mal gespannt Was du sagst Dass wir in Näherer Steam Deck Ah ja okay Genau Gibt es von 419 Bis 680 Euro Je nach Ausstattung Und Ah und das ist also auch Handheld noch zusätzlich Also der Controller Ist quasi auch ein Handheld Genau Es sieht ein bisschen aus Wie die Switch einfach Sieht aber geil aus Wenn ich das so sehe Muss ich echt sagen Ja Und ich meine Steam ist ja auch Für so Dinger schon Hier Big Picture Mode Ist ja eigentlich Mehr oder weniger Für sowas gedacht Ist eigentlich nur folgerichtig Dass sie so ein Ding rausbringen Weil wer hat mehr Geld Als Werf Werf Ja klar Das muss man schon auch sagen Absolut Und wie gesagt Das wollte ich noch loswerden In näherer Zukunft Ist es doch sehr wahrscheinlich Dass wir Spiele streamen Es gibt es ja schon Hast du gesagt Genau Also So dass man die Hardware Gar nicht mehr braucht Ja Sondern im besten Fall Einfach nur eine sehr stabile Sehr Sehr gute Eine schnelle stabile Leitung Genau Und dann ist es ja eigentlich egal Wo die Grafikkartenleistung Oder die CPU-Kapazität Abgeholt wird Die wird ja am Ende Muss ja nur In der hohen Auflösung Dargestellt werden Das heißt Ich brauche nur die Oberfläche Und mein Verbindungsgerät Richtig Da haben wir beide dieses Jahr Einen gekauft G-Force hat einen eigenen Streaming-Service Ach krass Okay Da bist du nämlich viel besser Ich weiß da nämlich gar nichts Ich weiß gar nicht Das heißt G-Force Ich weiß gar nicht Wie das heißt Dann jetzt habe ich neulich Von irgendeinem anderen gehört Weil die ganzen YouTuber Werben ja auch ständig dafür Wenn die Spiele vorstellen Sagen die Ja ich habe das hier gespielt Auf dem und dem Service Auch wenn da manchmal selber Ja schon dann Die Einschränkung dabei ist Das was ihr seht Ist aber mega laggy Weil wenn die Internetverbindung Jetzt steht Dann ist es scheiße Bewegst du halt die Maus Und dann macht es Oh Gott Und jetzt stell dir das mal In VR noch vor Ja genau Dann wird es richtig Bös Also das ist noch am Anfang Aber ich glaube Das wird irgendwann Die Norm sein Überleg mal Dann ist es vielleicht so Dass du eigentlich Nur noch Bildschirme hast Ja Also einfach nur noch Oberflächen Vielleicht sogar Gar keine Bildschirme mehr Sondern Oberflächen Die also irgendwie noch mehr können Und vor allem Dann so ein VR-Interface Ja Und ganz viel Augmented Reality Vielleicht auch noch Jetzt wenn man so rumschaut Spinnt Ja Und dann geht es wirklich Nur noch darum Dass du eigentlich Zuhause Physikalisch Nur noch die Die Darstellungsseite hast Richtig Wie auch immer So eine Art Bildschirm Oder Oberfläche Weil theoretisch Bräuchte ich den PC nicht Ich bräuchte eigentlich Nur eine Streamingbox Richtig Und mein PC Ist auf irgendeiner Cloud Da kann ich meine Videos Bearbeiten Weil ich da 8 Millionen Terabyte Speicherplatz hab Richtig Ich muss mir hier keine Beschissenen Dinger Kabel verbauen Oder irgendwas Ja Sondern kann alles halt Kostet natürlich Dann monatlich wahrscheinlich Genau Aber irgendwann wird das Für alles so sein Nicht nur für Spiele Richtig Und das wäre dann Die nächste Plattform Sozusagen Richtig So to speak Also Gut Okay Aber schließen wir mal Wieder ein bisschen Den Kreis Und kehren nochmal zurück Ich würde gerne noch kurz In dieser Gegenüberstellung bleiben Und ich würde gerne auch nochmal Auf das Handbuch zurückkommen Eine ganz kurze Stelle Weil es für mich so eine Demarkationslinie war immer Ja Oder sehr lange War das Das Handbuch und die Die Kleinigkeiten Die da mit dabei waren In so einer Spielebox Waren für mich total wichtig Ich erzähl's einfach mal Als Geschichte Ganz oft lag ich Als junger Bub Im Also Grundschule Und auch Anfang Gymnasium und so weiter Lag ich im Bett Erzähl mal Ich schenke mal ganz kurz Mach das Mach das Ja gerne Gerne Hau mal rein Lag ich einfach im Bett Und hab dann Die Handbücher Und die Karten Also manchmal waren ja dann auch So Weltkarten dabei Und solche Sachen Die hab ich mir dann einfach Angeguckt und durchgelesen Und Auch manchmal einfach Die Box nochmal aus dem Regal Geholt und angeschaut Und die Bilder hinten Und die Texte mehrfach gelesen Einfach Weil man eben Zum Beispiel an so Lore-Kram Gar nicht rangekommen ist Das gab's dann eben erst Mit Ne Internetverbindung Und Natürlich Also der Max und ich Wir hatten Der Max war dann ein bisschen Früher dran Wir hatten natürlich auch schon Internet mit dem Modem Und später dann DSL Aber Bis zu dieser DSL-Zeit War es eben so Dass man sich dann da Einwählen musste Dann war das Telefon besetzt Später kam dann ISDN noch Dann hatte man zwei Leitungen Hat aber sehr wenig Geschwindigkeit Und 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 Also Da War einfach auch noch nicht so viel Abruf bereit Und das war für mich immer so eine Linie Weil ich irgendwie dachte Naja Einerseits aus Nostalgiegründen Weil ich ja diese Erfahrung Mit dieser Box Und dem Handbuch Und den Karten Und all dem Was dann da dran hing Hatte Und andererseits Ah dankeschön Sehr gut Andererseits eben Ja auch weil das irgendwie Der einzige Zugang war Bisschen wie bei Musik Man hatte eine begrenzte Musiksammlung Dementsprechend hat man die häufiger gehört Man hat sich viel öfter die Die Songtexte angeschaut Und ja Man hatte eben einfach nicht so viel Ja Man konnte nicht ständig irgendwo Was zum nächsten Artikel Und das nächste kaufen Und das nächste angucken Und hier und da Spotify und zack 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 Sondern man hat sich mit dem beschäftigt Was man da in der Sammlung Gehabt hat Trotzdem ist es so Dass die Sammlung Jetzt eben digital Stattfindet Und dass Ich eigentlich keine Handbücher brauche Weil sich das auch geändert hat Die Tutorials in Spielen Ja Ersetzen ja weitestgehend Die Handbücher Und wenn hat man sie nochmal In so einer Collectors Edition Oder eben Aber es sind meistens auch keine mehr dabei Also In Collectors Editions Sind ja auch dann so Artbooks vielleicht Kriegst du Aber das Coole ist Bei Steam kannst du ja auch Frei wählen Richtig Fast jedes Spiel hat ja Deluxe Editions Richtig Und da hast du dann den Kram auch Genau Und was ich tatsächlich Diese Artbooks schaue ich mir Meistens auch nicht an Aber was ich super gerne mache Bei Spielen Wenn ein Soundtrack dabei ist Ja stimmt Kannst du direkt schön Als MP3 Album Reinballern Kannst ja sogar über Steam Direkt anhören Ja Oder halt Auf die Platte ziehen Weil es ja dann als MP3 vorliegt Und man muss halt schon sagen Spiele Soundtracks Ist ja ein Thema für sich Richtig Haben wir so noch gar nicht drüber gesprochen Richtig Wäre auch mal eine Folge wert Wäre dringend Und zwar an so eine Spin-Off-Folge Würde ich nämlich gerne Noch mit Beispielen Ich habe übrigens Es ist ein witziger Zufall Heute auf Spotify Nobuo Uematsu Okay Hinzugefügt Kein Witz Cool Und Joey Hisaishi auch Der aber glaube ich Keine Computerspiele Außer halt vielleicht für ein paar Von den Anime-Dingern Okay Ja Hier Nino Kuni Aber ich glaube da war er auch nicht dabei Okay Ich glaube der macht auch nicht mehr Meine ich Aber egal Ähm Ja Äh Ich glaube Das hat sich einiges verlagert Und du hast selber gesagt Handbücher braucht man In dem Sinne nicht mehr Weil das alles im Spiel Gemacht wird Früher hast du ein Spiel Angemacht Und wenn du das Handbuch Nicht hattest Warst du geschissen Warst du einfach am Arsch Warst du am Arsch Oder du musst quasi Brute forcen Und die Passwörter Irgendwie so Bei den ganz alten Aber ja Grundsätzlich warst du am Arsch Aber es hat sich ja auch mitgeändert Also wenn ich ein Spiel spiele Gehe ich davon aus Dass ich alle relevanten Infos Im Spiel auch bekomme Wie ich es spiele Tastaturbelegung war ja früher Zum Beispiel nie Im Spiel über die Menüs abrufbar Ja Das war einfach im Handbuch ausgelagert Und heute ist es natürlich alles Ingame auch Ja Und veränderbar Du kannst alles einzeln anstellen Richtig Ja Das war früher Ich meine dieses früher Muss man eigentlich immer mitdefinieren Aber wie gesagt Ich würde mal sagen so Bis in die Bis in die 2000er Anfang der 2000er Ja 2.1 2.2.2.3 Vielleicht auch ein bisschen früher Bis 98 Weißt du schon gar nicht mehr Half-Life Ich habe Half-Life erst sehr spät gekauft Ich habe es nie als große Box gehabt Sondern immer nur Wo schon irgendwie Ja So eine Half-Life Complete Edition Ja genau Wo dann noch irgendwie so Irgendwas Wo dann noch Posing Force oder so Dabei war Das habe ich nie gespielt Ich habe glaube Nee Blue Shit Habe ich gespielt Blue Shift Von dir immer Blue Shit Genau Blue Shit Ja Ist das mit Calhoun Das ist glaube ich das mit Nee Ich glaube Posing Nee Ich weiß nicht mehr Are you waiting for Calhoun Das müsste das sein Das war aber glaube ich ganz cool Tatsächlich Das war ganz nice Okay bevor wir zu den anderen Plattformen noch gehen Ja Ich kann ein Thema ganz dringend ansprechen Hau rein Wie würdest du in Zukunft Wir sehen ja in den letzten Jahren Dass sich das stark verändert Weil eine Notwendigkeit da ist Weil gesellschaftlich die Spieleplattformen Ja auch jetzt anerkannt werden Als hey Die gibt es Alterskontrolle Bei Spieleplattformen Zum Beispiel Steam Steam hat ja keine Alterskontrolle Außer bist du 18 Ja Und zwar im Sinne von Gib dein Geburtsdatum ein Die sichern sich nur ab Tatsächlich Richtig Dass er sich das auch nicht Also Kannst es ja nicht einfach einstellen Und das ist dann Du musst es immer wieder neu eingeben Wenn du auf ein Spiel willst Das ab 18 Jahren ist Was ich halt in den letzten Jahren vor allem An Weihnachten war das Das letzte große Ding Dass gerade im deutschen Raum Ein ganz klarer Unterschied gemacht wird Zwischen Spielen die ab 18 sind Wegen Gewaltinhalten Und Spielen die ab 18 sind Wegen sexuellen Inhalten Ja Und bei Gewaltinhalten Das ist scheißegal Du gibst halt weiterhin Dein Geburtsdatum ein Und dann kommt das Ding Und bei sexuellen Inhalten Verschwinden die Spiele Du kannst die teilweise Nicht mehr haben Was heißt verschwinden Also die sind aus dem Store raus Du kannst die im Store nicht mehr auf Okay Weil es gab ja früher Sozusagen Stand nicht im Regal Konntest du aber Richtig Dann auf Nachfrage Wenn du 18 warst Am Tresen erhalten Genau Und es gab indiziert Dann war es Ganz weg oder? Oder war indiziert Indiziert war im Regal Und verboten war quasi Ganz raus Dann war es ganz raus Okay Das heißt Die Aus irgendeinem Grund Weil das einen Unterschied macht Gut dann gibt es ja noch Spiele Die sind quasi so klein Die haben gar keine Altersbeschränkungen Ja Weil die USK die nicht überprüft Weil die halt einfach nicht bekannt genug sind Aber das sind ja super viele Fast alle Indie-Spiele haben keine USK-Empfehlung Weil die so viele Spiele gar nicht testen können Ja Aber generell war ja die Regel Wenn ein Spiel gar nicht geratet ist Ist es halt einfach quasi ab 18 Ja Ähm Gibt ja auch Sinn irgendwie Und dann kann es meinetwegen noch verbotene geben Ich finde es nur so eigenartig Dass da inzwischen Ist ja noch nicht so lange so Eigentlich erst seit ein, zwei Jahren Da so ein Riesenunterschied gemacht wird Ähm Und Dann Spiele tatsächlich einfach nicht mehr existieren Gilt auch für Seltene Beispiele im Gewaltbereich Dying Light zum Beispiel War so ein Zombiespiel Okay Ähm So Richtung Dead Island Das, das kannst du haben Dying Light nicht Obwohl die nicht so unterschiedlich sind Mhm Und das fand ich immer ein bisschen strange Dass, ähm Weil eigentlich hieß es ja immer Ja, die USA sind so ein bisschen das Prüderie-Volk Ja Ja Gewalt geil, Sex blöd Aber jetzt sind wir langsam auch ein bisschen in der Schiene Und Steam fährt natürlich mit Ähm Und eine Lösung wäre ja tatsächlich Eine gescheite Alterskontrolle Ja Aber die müsste ja dann für alle Spiele gelten Also, wenn ich nicht 16 bin Dürfte ich mir ja eigentlich auch kein Spiel ab 16 kaufen auf Steam Richtig Also, ich finde Siehst du da Möglichkeiten, wie Es ist super schwer Wie das modern werden kann Also Valve ist ja amerikanisch Und Steam ist amerikanisch Mhm Aber natürlich sind die ja auch in Europa Und ich finde Ganz im Sinne des europäischen Gedankens Deutschland ist der zweitgrößte Markt nebenbei Tatsächlich? Ah ja, okay Das ist cool Also Gut Ich finde es sollte trotzdem keine nationale Sondern eine europaweite Lösung geben Das wäre mir schon mal das erste Anliegen Das heißt für alle europäischen Staaten Alle EU-Staaten Sagen wir es so Damit es ganz genau ist Alle EU-Staaten Sollten ein einheitliches System haben Was ja aber schon schwierig ist Absolut Weil ja zum Beispiel Ich glaube in Österreich gibt es glaube ich gar keine Das wäre halt das Ding Dann hätte Österreich jetzt dann eins Richtig Das Also Jetzt mal ab unabhängig von Ich spreche jetzt mal nur ganz idealistisch Was ich gut fände So Erstmal so ein einheitliches europäisches System Und dann Müsste es Eine Staatlich Europäisch-Staatliche Also eine EU-Institution geben Die sich damit beschäftigt Die müsste dann paritätisch sein Das heißt Sie müssten aus allen Eigentlich aus allen Bereichen Leute kommen Weil alle unterschiedliche Gesellschaften haben Tatsächlich Irgendwie müsste man das also so noch hinkriegen Und dann müsste man Bei Sex und Gewalt genau prüfen Jetzt ist das Problem Dass das im Regelfall Oder fast ausschließlich Juristen machen Die Aber keine Gamer sind Ja Gamer im Sinne von Leute Die viel Spieleerfahrung haben Sagen wir es mal so Den Gamer haben wir ja schon mal besprochen Gibt es ja so nicht Das heißt sie bräuchten also die Expertise Aus der Community Ja Die müsste irgendwie mit rein Fragt mich nicht wie das gehen soll Ja Also wir haben es ja gesehen Wir haben ja neulich so eine Doku angeschaut Richtig ja Von wann war die 2008 oder so Ich glaube etwas früher Die hatten auf jeden Fall noch Noch Röhrenmonitore Und weiße Rechner Und Tastaturen und so weiter Also ging um so eine LAN-Party Und da wurde natürlich auch geballert Und so Damals war ja noch Gewalt das Thema Richtig ja Weil Amokläufe halt Dann kann ich nicht über Sex reden Muss ich über Gewalt reden Richtig ja So aber Amokläufe hatten wir jetzt schon eine Weile In dem Bereich nicht mehr Wo man sagt Spiele waren da relevant Oder hätten da irgendwie thematisch reingepasst Deswegen verschiebt sich das jetzt Und da hat man ja eigentlich auch schon gemerkt Dass teilweise ja der Wille Zur Diskussion gar nicht da ist Richtig Weil danach in der Diskussionsrunde Hockte der Medienwissenschaftler Professor so und so Der ohne Witz angefangen hat Mit den Worten Das brauchen wir gar nicht Wissenschaftlich untersuchen Schauen sie sich die Leute doch einfach nur an Das ist so hart Das darf man eigentlich Also das kann man gar nicht mehr ernst nehmen Also für einen Medienwissenschaftler Gibt das überhaupt nicht Das war auch so ein ganz alter Typ Der irgendwie Das hat man sofort gemerkt So ein ganz reaktionärer Ja Und deswegen weiß ich nicht Ich finde die Idee die du hast Irgendwie erstmal gut Aber ich glaube das scheitert Auf so vielen Unbedingt Persönlichen Ebenen Das würde aber national Auch nicht besser funktionieren Also wir haben ja die Die Bundesprüfstelle Gibt es die noch? Für jugendgefährdende Medien Heißt die glaube ich inzwischen Schriften Das ist ja jetzt nur Also durch Wer liest denn von den jungen Leuten noch? Sehr erweiterter Textbegriffe Ja genau Also gut Ich glaube aber trotzdem Dass man irgendwie mit der Community Zusammenarbeiten müsste Man hat ja inzwischen auch Ganz viele Gaming Influencer Nenne ich sie jetzt einfach mal Viele große Let's Player Oder was auch immer Die müsste man mit ins Boot holen Und dann bräuchte man Irgendwie eine Institution Die das reguliert Und dann entscheidet Ob es eben auf dem Index ist Ja Oder ob es verboten ist Die verbotenen Spiele sind dann raus Weil es gibt ja zum Beispiel auch Rechtsradikale Inhalte Oder linksradikale Inhalte Ja auch mal Hated oder so War auch ein Fall wo Genau Oder einfach geschmacklos tatsächlich Wo das Spiel nicht wegen der Gewaltdarstellung raus war Sondern wegen der Der Welt Wegen des Weltbildes Ja Moralisch Ethische Probleme Gewalttätiger als Viele andere Spiele war es nicht Ja Aber es hatte halt Du spielst halt in Amokläufer Und das ist halt ein sensibles Thema Richtig Genau Also da finde ich es schon gut Wenn es ein Regulativ gibt Ich bin nicht der Meinung Dass das jeder für sich entscheiden kann Manche müssen geschützt werden Das ist zumindest aus einem Utilitaristischen Gedanken heraus Für mich irgendwie greifbarer Und dann müsste es so sein Dass man die indizierten Spiele bekommt Dass aber der Nachweis Dann eben erbracht werden muss In Form von Personalausweis Zum Beispiel Gibt es ja jetzt auch Wenn du auf Amazon Irgendwie was Irgendwie Alkohol bestellst Glaube ich Oder Aber die überprüfen es dann Bei der Post Äh Der die Der Paketzusteller Ach stimmt Der überprüft es dann Aber nur wenn er nicht von DHL ist Weil die schmeißen das Ding Einfach nur unten in den Flur Ah ja okay Gut Naja So kann es halt gehen Also da bräuchte man Ein digitales Verifizierungssystem Bei YouTube Die machen das ja auch Aber nur stichprobenweise Es gibt ja bei YouTube Videos Die sind für Ab 18 quasi Ja Da kann ich ja meine Videos schalten Ähm Und bei manchen reicht es aber aus Wenn du dich nur einloggst Und bei ganz seltenen Fällen Und ich glaube auch Bei mobilen Geräten häufiger Will er dass du deinen Perso quasi Ah ja okay Oder oder eine Kreditkarte Glaube ich geht auch Ja Weil ich glaube den ganz Also nicht den ganz kranken Stuff Sondern den Den Stuff der verboten wird Den kriegen die Leute dann sowieso irgendwie Richtig Aber halt nicht die große Masse Ich fand nur dieses Missverhältnis So eigenartig Dass ich mir halt Das Resident Evil Gemetzel geben darf Ja Obwohl das auch echt Ja Hart grenzwertig Brutal teilweise auch ist Ja Vielleicht in überzeichneter Weise Ähm Aber andere Sachen halt Nein Das ist ja quasi komplett Das ist das blöde Paradoxon da dran Man kann eben keine Kriterien Schaffen Die so genau sind Ja Dass du Verschiedene Titel Müsstens überprüfen Genau Das sind irgendwie alles dann doch Am Ende Einzelfälle Genau Es scheint schon Dass im Regelfall Je größer der Publisher Desto eher geht's durch Natürlich Weil Ist ja Ja klar Capitalizing Nur so als Gedankengang Ich find's schade Dass ich jetzt nie erfahren werde Wie die Story In Super Seducer 3 weitergeht Ähm Die ja auch nicht in Deutschland Vertrieben werden dafür Wegen Sex oder Wegen des Themas Ja Sex ist da ja so Also diese Pickup-Geschichte Quasi Ist negativ Ja Genau Also die Viele kämpfen ja auch damit Dass sie die Titel in Deutschland Dem zweitgrößten Markt Dann nicht vertreiben können Ja Und weichen dann aus Auf andere Plattformen Und was für eine brillante Überleitung Äh Was für Plattformen Benutzt du noch Also ich hab Ich hab auch Ich hab alle Plattformen Die es gibt Weil du ja manche Spiele Nur auf Genau X, Y oder Z Kriegst Äh Was sind noch so Neben Steam Deine meistgenutzten Plattformen Und äh Wie geil sind die Also ich hätte Sag ich ganz ehrlich Ohne Steam Nur GOG Wenn es nicht so wäre Wie du gerade gesagt hast Dass man Einzeltitel eben woanders Ah doch Und Und äh Battle.net Also Blizzard Hätte ich dann noch Wobei ich schon lange Keine Blizzard-Titel mehr gespielt hab Letzte war D3 Das ist auch schon fast Zehn Tage Ewig her Ja Also gut Äh Steam Klar Ist Ist ja die Das ist Ohne geht's nicht Sagen wir es mal so Dann GOG Und GOG fand ich auch War ich auch Ganz von Anfang an mit dabei Zumindest als es in Deutschland dann Zugänglich war Wo man das einfach noch runtergeladen hat Da gab es auch gar keine Ja Gar keine Oberfläche Gar keine Plattform oder so Ja Sondern man hat einfach die Dateien runtergeladen Und inzwischen gibt es ja Also Waren halt auch früher nur Oldies quasi Genau Das waren wirklich nur Genau Und jetzt gibt es ja da Alles mögliche Genau Manche Publisher sind ja Also hier CD Projekt Red Sind ja Stimmt Bei GOG Immer da Die haben auch andere Größere Titel GOG Galaxy Als Plattform Ist ja auch eine relativ Eingängige Sache Genau Und eben Fällt mir auch irgendwie Ja Und so ein paar alte Titel Und ist halt immer gleich Für die alten Titel auch konfiguriert Da ist direkt DOS Box mit dabei Es ist so eingerichtet Dass es einfach direkt läuft Das ist natürlich Eine angenehme Sache Ich hab meiner Mom Vor zwei Wochen GOG Galaxy installiert Echt? Ja Weil sie Runaway spielt Ja Und Geheimakte Tunguska Geiles Spiel Ziemlich cool Ja Tatsächlich Aber ich sogar als Box Meine Mom ist Wer hätte es gedacht Viel besser im Adventure spielen Als ich Aber gut Also GOG Steam Ich hab Jetzt wegen Hitman Tatsächlich den Epic Game Store Ja Wobei Ne warte mal Nicht wegen Hitman Ich hatte es noch Wegen was anderem Haben wir irgendwas Aber auch wegen Hitman Ja Weil Hitman Hitman 2 lief noch Glaub ich Bei Steam Aber Hitman 3 War nur noch Epic Games Genau Aber warte mal Was haben wir denn Über den Epic Game Store Noch gezockt Wir haben noch irgendwas gezockt Chivalry 2 Chivalry 2 Genau Stimmt Und dann Also nochmal Wenn man auch sagen muss Der Epic Game Store Ist ja auch der Konkurrent Wirklich von Steam Bei GOG findest du Vieles von den aktuellen Sachen Auch bei Steam Ja Was auch bei Epic ist Ist in der Regel Nicht bei Steam In manchen Fällen schon Aber das sind ja Die großen Konkurrenten Ah ja Das wusste ich gar nicht Der Epic Game Store Hat ja sehr viel weniger Die haben ja immer gesagt Bei uns gibt es diese Shit Spiele nicht Steam hat ja eine Menge Diese 10 Cent Scheißdrechtssachen Du weißt was ich meine Epic Games hat immer gesagt Das gibt es bei uns nicht Stimmt so auch nicht mehr Die haben schon auch ihren Rotz Aber halt nicht so diese Diese richtige Rotzware Ja Weil da nicht jeder Sein Zeug hochstellen kann Und die haben sich halt Super etabliert Ich glaube vor allem Wegen Fortnite Ah natürlich Weil Natürlich Ja Das war ihr Titel Und das zocken ja alle Irgendwie Ja Selbst ich habe ein paar Runden gespielt Aber es ist halt einfach Nicht meins Aber den Epic Game Store Habe ich tatsächlich auch Sehr gern Weil da manchmal ein paar Richtig coole Titel Dabe sind Und natürlich wegen Unreal Engine Ich bin zwar nur sehr seltener Unreal Engine Nutzer Aber Es ist halt einfach Eine geile Geschichte Und ich schaue mir das gern an Und ich finde es halt cool Dass auch eine Marke Wie Epic Die ja was weiß ich Bekannt ist dann Durch Unreal Ja Ja Und die Tournament Ihre Engine Die ja wirklich super viele Spiele benutzen Einfach kostenlos da reinballert Und du kannst theoretisch dein Spiel damit machen Das ist schon saukool Also Das ist wirklich Sehr sehr Ein Dienst an der Menschheit Ja Und du kannst ja wirklich Sehr sehr viel Dann auch An diese Ressourcen benutzen Und die Die ganze Quixel Megascans Sache Das ist brutal Das würde eigentlich So viel Geld kosten Und das ist einfach Für umme Wenn du das benutzt Und deshalb Deswegen allein finde ich es gut Aber sie haben wohl auch ein paar Miese Taktiken Manchmal drauf Dann gegen Steam Und holen sich ein paar Von den Den Games Wie gesagt bei Hitman zum Beispiel Haben viele gesagt Ja Wechseln die jetzt dann Ich glaube das ist so ein bisschen So eine Wie wie Apple Und Microsoft Und Microsoft So ein bisschen Eine Feindschaft Aber Steam nicht tatsächlich Viel größer Viel größer Und Valve ist ja auch immer so Tritt ja auch immer so diskret auf Und so geheimnisvoll finde ich Ja Also die sind wie dieses Logo Dieser Typ mit dem Valve Also mit diesem Ventil am Kopf Irgendwie Was auch schon irgendwie spooky ist Also Aber also Nochmal zurück Ich hab noch den Also nochmal Steam GOG Battle.net Ja Jetzt kannst du die auflisten Die richtig scheiße sind Und dann kommt EA Origin Origin ist der größte Das ist echt richtig Auch von der Haptik Und so richtig abgeschissen Höchstlich Ich hab Origin nur Wenn es das wirklich nicht anders gibt Ja Als ich The Sinking City gespielt hab Gibt's auf Steam Aber das ist nicht die Version Die gut ist Okay Weil der Publisher Ähm Da gab's irgendwie Rechtsstreitigkeiten Und auf Steam ist eine Version Die wohl richtiger Rotz ist Da fehlen die DLCs Da fehlt irgendwie alles Und auf Origin ist die einzige Echte Version Okay Verstehe Vom Developer Approved ist Und ich sollte mal Deutsch reden Ähm So macht man das halt heute Das ist halt heute so Ja Und das ist glaube ich Das einzige Spiel Was ich über Origin hab Äh Da ja EA Relativ viel Auch jetzt auf Steam hat Okay Wenn du was weiß ich Need for Speed Zocken wolltest Musstest du immer Origin haben Aber die ganzen Need for Speed Titel Sind ja jetzt alle auch Verstehe Bei Steam seit letztem Jahr Glaub ich irgendwann Deswegen hab ich Origin Glaub ich nur Für The Sinking City Geil Jetzt Uplay Ah Uplay Ich weiß nicht Ob die Spiele verkaufen Bin ich mir gar nicht sicher Ich glaube ja Doch doch Ich hab auch Uplay hatte ich auch Wegen irgendeinem Titel Aber Uplay hasse ich allein deswegen Weil Steam das immer anschalten muss Wenn ich die Ubisoft Sachen spiele Diese Verbindung Dass das überhaupt irgendwie geht Also klar Dass das technisch möglich ist Ist ja selbstverständlich Aber ich find das so nervig Ich find dieses Overlaying Die ganze Zeit Find ich so nervig Ich weiß es ist zeitgemäß Und ich weiß es braucht es auch Für viele Gamer Aber ich Ich find das einfach Ich will eigentlich Ich find schon Ein Overlay Eigentlich schon gar nicht so cool Ja Das war ja auch Der lange Zeit so Da war ich immer konservativ Und dachte so Ey Ich hab früher auch Wenn wir gezockt haben Außer es war jetzt irgendwie Ein Online Game oder so Hab ich ICQ ausgemacht Ja Also wenn ich Singleplayer gespielt hab Ich hab es einfach ausgemacht Aber wenn du und ich mein Bidimp Genau Zack weg Aber Und heute will ich eigentlich Auch nicht irgendwie dann Während ich so eine Nostalgische Spielerfahrung hab Dann das dann plötzlich Aufploppt Und irgendwie irgendwie Andererseits Ich hab nur dich Und einen anderen Freund Insofern wäre das gar nicht Gar nicht schlimm Sondern ich würde mich eher freuen Aber Irgendwie ist das noch so drin Aber ich glaub Ist ja normal Also ich glaub Du kannst ja bei Im Epic Store Auch das verknüpfen Mit dem Steam Store Trotz Obwohl die sozusagen Genau Wenn du auf Steam bist Online Dann sehen das glaub ich Auch Leute im Epic Store Ob du online bist Und können dich dann Inviten rüber quasi In den Epic Store Wahnsinn Ich glaub da gibt's so So Sachen Eine Plattform Die ich noch dringend Reinwerfen will Ähm Itch.io Oh das kenn ich gar nicht Also itch.io ist eine Plattform Für Eigentlich nur für Independent Titel Cool Die haben nichts Großes Okay Die haben aber Circa Eine Trilliarde Independent Titel Hä Voll die Goldgrube Ich kenn das gar nicht Jeder kann da Sein Spiel hochladen Du kannst ein Demo hochladen Du kannst was kostenlos hochladen Du kannst was kostenpflichtiges hochladen Und die haben da alles An Indie Kram Cool Ähm Das heißt wenn mich Wenn mich meine Adventure Lust packt Dann guck ich da Da wirst du Sachen finden Toll Du wirst da nichts kennen In der Regel Aber halt da laufen auch die ganzen So Wettbewerbe Es gibt immer diese Coding Wettbewerbe Okay Und fast alle die da laufen Was weiß ich GMTK Game Jam Und so im Sommer Wo dann zweieinhalb tausend Spiele Innerhalb von einer Woche Irgendwie gemacht werden Irre Die laufen alle über Itch.io Ähm Und du könntest da glaube ich Dein ganzes Leben lang spielen Relativ cooles Interface Inzwischen auch Und ähm Ganz viele von den Sachen Laufen auch dann über Android Oder das zeigt dir immer genau an Wie es läuft Kannst immer direkt starten Das läuft in der Regel immer alles Ist halt wirklich independent Also das was vielleicht früher So die Die Demos Oder die selbst gebastelten Dinge Auf den GameStar CDs war Das ist bei Itch.io Findet man sowas Oder eben auch ein paar Ähm Hochkarätigere Titel Von Independence Studios Okay Da muss ich mich unbedingt mal Mit beschäftigen Ja Cool Wow Rundumschlag Ich denke wir könnten eigentlich Noch stundenlang über diese Plattform Und die Erfahrung Weitersprechen Aber ich möchte mal Mein Teil abschließen mit Ich vermisse dieses In den Spieleladen gehen Diese Begrenzung Dass ich eben nicht Das Budget habe Mir ständig Tausend neue Titel zu kaufen Und auch diese Man weiß nicht so genau Was man da gerade mit heimnimmt Und ist deswegen einerseits Total gespannt Auf dem Heimweg auch Was man überhaupt Ein Heimweg hat Dass man es mitnimmt Und dann installiert Und hofft Dass es geht Weil damals So ein Patch aus dem Internet War halt nicht Sondern vielleicht ging es nicht Da musste man selber rumtweaken Freunde anrufen Was weiß ich nicht alles Also du willst eine Entschleunigte Spiele Kauferfahrung Moment Ich vermisse sie Ich will sie Das wäre jetzt der zweite Punkt Ich will sie deshalb nicht zurück Weil Weil du sie nicht zurückkriegst Weil ich sie nicht zurückkriege Und weil auch die jetzige Erfahrung Mit Steam natürlich toll ist Ja Oder mit einem anderen Store Vor allem aber mit Steam Weil da läuft hauptsächlich Bei mir alles drüber Ich sitze ganz oft tatsächlich Wenn ich den PC angemacht habe Und jetzt nichts akut irgendwie drückt Dass ich irgendwas arbeiten muss Oder aufnehmen oder sonst was Dann gucke ich Browse ich erstmal so durch Steam Und schaue Was gibt es denn gerade so alles Oder suche halt irgendwelche Tags Wie ich vorhin gesagt habe Und das ist einfach eine neue Andere Erfahrung Die Gemessen an dem Nostalgischen Natürlich nicht mithalten kann Ist aber auch ein komischer Vergleich Tatsächlich Aber Da sind ja so viele Spiele auch Und es kommen ja jeden Tag Irgendwie 5000 neue raus Also Manchmal ist ja auch cool Du machst Steam auf Gehst ins Store Und siehst oben Und dann läuft oben diese Laufleiste Und denkst dir Hey das sieht irgendwie cool aus Ja Hast dann Guckst rein Hast ein paar Screenshots Siehst Bewertungen gleich Ja Wie läuft das Ist ja quasi Spielezeitschrift dann Genau Und Und Store in einem Ich mach den Fehler Dass ich dann immer schon recherchiere Zu viel Weil dann ist es oft so Dass ich nicht kaufe Weil ich denke Ah nee der Aspekt passt mir nicht Ah das wurde kritisiert Ah das will ich nicht Da falle ich auf mich selbst rein Ja Ich könnte es ja dann trotzdem kaufen Und sagen die Aspekte Nerven mich vielleicht Ich spiele es aber trotzdem Aber ich bin dann so Ah nee Und so edgy irgendwie Ja Also das ist dann irgendwie blöd Ich sollte einfach manchmal einfach sagen Ich kaufe das jetzt Ja Ich habe zum Beispiel Das Dann halte ich aber wirklich die Klappe Ich habe das früher immer gemacht Ich muss es dieses Und letztes Jahr muss ich noch nachholen Aber dieses auch Jetzt vor allem Ich habe immer ein oder zwei Artikel Bei Amazon gekauft Die ich Die richtig beschissene Bewertung hatten Also richtig kacke Ich weiß nicht ob du dich an meinen silbernen Vier Gigabyte Ganz ganz kleinen USB Stick erinnerst Der der so klein war Dass du ihn mal fasst Ja ich erinnere mich Der hatte hundsmiserable Bewertungen bei Amazon Der hatte vier Gig Und hat damals nur elf Euro gekostet Das war ein Schundpreis Weil der war wirklich so Nicht mal fingernagelgroß irgendwie Genau Und also da ging es richtig Der war richtig mies bewertet Und ich habe den einfach trotzdem gekauft Und der hat bei mir so lange Ich glaube er hat fünf Jahre oder so durchgehalten Dann habe ich ihn verloren Also der hätte wahrscheinlich sogar noch weiter gemacht Ja Hatte ich einfach Glück Aber ist halt so Ich glaube Bewertungen Wäre sowieso mal eine eigene Folge Oh ja Fake Bewertung Fake Bewertung Exakt Wie wichtig ist das Und das heben wir uns mal Für einen anderen Tag auf Richtig Was sind denn deine abschließenden Worte Zu diesen früher heute Erfahrungen mit Plattformen Also mein Ich glaube die Meine Steam Datenbank Ich muss irgendwann mal Wenn ich eine Million Abonnenten habe Das wird nie passieren Wenn du schon zu scrollst Dann mache ich Reviews von jedem einzelnen Spiel Als ein Gesamt Nein das kann ich nicht Weil ich komme am Ende gar nicht an Na wenn ich nur von jedem Spiel eine Minute was sage Bin ich bei tausend Minuten Das wäre ja abartig dann Das ist abartig ja Bis ich eine Million habe Das dann ist irgendwas Also Ich liebe anscheinend Dieses Mitnehmen Ding Ja Ich meine ich muss sagen Ich spiele auch wirklich viel davon Du zockst ja auch wirklich Ungefähr das Hundertfache Von dem Ich Und ich habe auch jetzt letzte Woche wieder Wieder zugegriffen Habe mir Grime geholt Das ist so Metroidvania Ja Habe hier The Irgendwas City Das was im antiken Rom spielt The Forgotten City Ja Ich denke Ja Rom und so Muss ich ja nahezu Gestern habe ich einfach Lake noch dazu Eine neue Myst-Version ist draußen In 3D Einfach Komm rein Und habe alle natürlich Einfach mal angemacht Um zu gucken Und habe dann schon Auch ausgewählt Also es ist nicht so Dass ich nichts davon spiele Aber ich spiele Lange nicht so viel Wie ich da habe Aber ich finde Das gehört irgendwie fast schon Das ist einfach so Das ist zeitgemäß Das ist halt so ein Sammelding Ich habe immer schon gerne gesammelt Ja Auch meine ganzen Blu-Rays Habe ich auch wenige Die ich nicht gesehen habe Aber das kriegt man halt Schneller weg Richtig Weil ein Film ist in 90 Minuten durch Aber ein Spiel mit 90 Minuten Ist selten Absolut Und dann Bei manchen mache ich sie auch an Spiel es an Denke Boah Scheiße Zum Glück war es nur im Sale Ja Und es gibt wirklich Ausgewählte Momente im Jahr Wo ich sage Das kaufe ich mir direkt Gleich Wenn es rauskommt Vorbestellen Wäre nochmal ein eigenes Thema Stimmt Mache ich eigentlich nur Bei Developern Die Die ich kenne schon Wo ich weiß Okay Ich weiß was mich erwartet Und ich beschwere mich nachher auch nicht Die Vorbestellerkultur Ist ja eine schwierige Sache auch Wenn man manchmal für Scheißdreck dann vorbestellt Sie ist Cyberpunk Ja stimmt Oder sowas in der Art Wo du dann manchmal FF13 Ja wo du manchmal dann einfach Quasi dem aufsitzt Dass du glaubst Naja die Nostalgie Die haben immer schon gute Spiele gemacht Genau Das stimmt einfach nicht Aber meistens reißt es nicht raus Also ich warte dann halt ab Bis der erste Tag ist Schau Und wenn die Steam Reviews Richtig scheiße sind Dann ist die Chance hoch Dass es ein technischer Bug ist Einfach seit Das Spiel läuft nicht Ein Day One Patch Richtig ja Muss man erst mal Muss man erst mal Ein, zwei Wochen abwarten Bis es läuft Aber es Auch jetzt im Herbst Wenn wieder der nächste Teil von Ähm Hier dem Dem Horrorscheiß kommt Da das was So filmemäßig ist Äh Äh What Da bist du besser im Bild Resident Evil kam ja jetzt Nein 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 Das weißt du nicht Auch da würde ich immer Immer zuschlagen Es gibt dann einfach so So Sachen Ähm Ich hab's vergessen Aber das ist ja egal Es gibt ein paar Wo ich weiß Hey die hab ich sofort Auf der Wishlist Und sobald das Ding rauskommt Wird das Ding gekauft Und dann Ähm Bin ich auch dabei Und dann zahle ich auch gerne Den Vollpreis Weil ich weiß Die leben ja auch davon Richtig Das ist ja wie bei Spotify Oder anderen Sachen auch Wenn ich mir immer nur Die Ein-Euro-Dinger raus Lasse Ja dann Weiß ich auch Wie viel bei dem Developer Dann ankommt Nämlich nahezu nichts Klar ist es auch dann Wenn sowieso schon Alle das gekauft haben Aber es gibt ein paar Die will ich haben Die hol ich mir dann Und die zocke ich dann auch Ja Und ab und zu Ist es auch ganz cool Gerade bei so vielen Spielen Du schaust dir irgendwas an Denkst dir Was ist das Ich kenne das nicht Ich weiß nicht was es ist Warum hab ich mir das gekauft Da kann man ja auch gucken Wann hab ich es gekauft Stimmt Stimmt Vor drei Jahren mal Irgendwann Im Juni Muss der Summer Sale gewesen sein Und ab und zu Mach ich tatsächlich mal Einfach so ein Random Spiel Auf die Platte Und guck was das ist Ist ja auch irgendwie spannend Und ja dann ist es wie so ein Stöbern quasi In einem In einem Laden Mit ganz vielen Spielen Weil ich ja schon lange Vergessen hab Dass es das gibt Richtig Sache würde ich vermissen Wenn sie nicht mehr da So was ja Dann haben wir gesagt Okay wir spielen jetzt was Was du noch nicht Gespielt hast Und das war dann Ein Wimmelbild Spiel Aber es war cool Das war irgendwie ganz nice Jetzt sind wir alt Wir hocken jetzt zusammen Trinken Tee Und spielen ein Wimmelbild Spiel Und futtern Schokolade Und futtern Schokolade Aber das war eine Coole Sache Und an das erinnert man sich Richtig Da war dieses Spiel Und keine Ahnung Du hast wahrscheinlich Nicht weitergespielt Ne aber ich dachte Ganz oft dran Dass ich ja jetzt Eigentlich Bock drauf hab Ich bin nur in Red Dead Redemption 2 Gerade dran am PC Weil ich das Einfach noch nie gespielt hab Und hab da jetzt auch So 15 Stunden drin Glaube ich Geht aber so in deine Richtung Ist cool Gefällt mir Ist irgendwie ganz nice Hauptfigur Ist total interessant Ich will jetzt die Story Noch ein bisschen weiterspielen Aber irgendwie Vielleicht Find ich Western halt auch Nur als Film Ab und zu mal ganz cool Ja Und das war's Ja Das ist sehr Genre gebunden Aber ich dachte ganz oft dran Dass ich das eigentlich Dass der Bock hätte Das weiter zu spielen Ja Und Ein Aspekt noch Das werde ich aber Nur noch zitieren Ich habe das Gefühl Dass über die Plattformen Spiele Die man früher gespielt hat Eben auch besser spielbar sind Also man braucht nicht Unbedingt ScumVM dann Was ja auch ganz schön viel kann Sondern man kann zum Beispiel Auch so Gerade so um die 2000er Titel Ja Runaway zum Beispiel Das würde man wahrscheinlich Jetzt Das kriegt man ja mit der Ich habe es original zu Hause Ja Mit der CD noch Das kriegt man einfach Nicht mehr zum Laufen Ja Also nur mit viel Rumtweaken Und im Internet gucken Und DOSBox vielleicht noch Oder was Ja Also DOSBox bringt ja gar nichts mehr da Aber In dem Sinne sind die Plattformen Eine Möglichkeit auch für Re-Releases Richtig Von alten Titeln Und zu Recht ja auch Hier die C&C und so weiter Ja Was man dann halt Wo man dann wieder drankommt Gibt es zwar super viele Die Die nicht mehr auf dem Schirm sind Die aber interessant wären Aber Ja und alle Developer Die sagen Hey wir hatten damals Diesen geilen Titel Ja Ich glaube auf Steam Laufen die Sachen Weil da sind natürlich auch Leute wie wir Die das früher gespielt haben Und die das Wenn sie das sofort sehen Im Store Hey Re-Release Was Soul Reaver Gut das gibt es jetzt Aber irgendwas anderes Was man mal früher gespielt hat Und jetzt kommt es wieder Das macht doch Nintendo auch so Ja ja klar Hier Skyward Sword Das ist ein alter Wii U Titel Oder ein Wii Titel sogar Läuft jetzt auf der Switch Klar ich habe den Ich habe nie in der Wii U gehabt Aber wenn er jetzt auf der Switch läuft Hole ich mir das Ding Ganz genau Es reicht schon Du kannst dann nachholen einfach Dass du den Markt wieder abholst Den du mal hattest Vor 20 Jahren Gerade bei Konsolen Ja genau richtig Gerade bei Konsolen Weil du kannst Die Rückwärtskompatibilität Oder Abwärts Die ist ja in der Regel Nicht gegeben Und wenn du dann sagst Hey wir bringen die Spiele Für die neue Konsole raus Die Leute wollen sie ja Trotzdem spielen Die Spiele sind ja nicht schlecht Nur weil sie ein bisschen älter sind Richtig Ganz genau Wie sieht es bei euch aus Seid ihr mehr so die Games Horder Die so auf diesem Auf diesem Goldschatz sitzen Wie der Drache Mit seinem fetten Hintern Oder Oder Kauft ihr wirklich Ganz bewusst Ein Spiel Oder sagt ihr Ne Scheiß Online Plattform Steam und so Ist gar nichts Für mich Seid ihr mehr so die Wie wir damals gesagt haben Die True Gamer Oh ja genau Die noch hier mit physischen Medien Floppys Auf Floppidisc Ja Mit 80.000 Floppidiscs Für den Flight Simulator Das reicht nicht mal Post Ich sag nur Das A-Doppelpunkt Laufwerk Das ist klassischerweise Das Floppy Genau Wie sieht es Wie sieht es da bei euch aus Wie seht ihr den Online Spielemarkt Ich fand es cool Dass ihr wieder dabei seid Ich fand es cool Dass wir jetzt mal wieder dabei waren Auf jeden Fall Hat wieder Bock gemacht Die 20. Folge Müsste das jetzt gewesen sein Bei uns geht es munter weiter Wir haben was vor Wir haben noch ein paar Themen Und wir hoffen Dass jetzt Ist immer so Wenn Herbst ist Dann machen wir ein bisschen mehr Einfach weil wieder ein bisschen Energie da ist Genau Also wir hoffen Dass wir bis Weihnachten Hin und wieder mal Einfach eine Folge bringen können Ich will definitiv noch was Zu meinem volljährigen Steam-Account machen Ja Da gibt es ein paar Spiele Die mein Steam jetzt spielen darf Die Wo ich Reviews machen wollte Aber wo ich noch nicht so richtig dazu kam Gucken wir mal Wie da die Zeit ist Ob mir das noch gegeben ist Ja und ansonsten Würde ich sagen Du zündest dir jetzt gar keine Flunzer Nein Du brauchst ja nicht mehr Ich rauche nicht mehr Aber das ist auch gut so Das soll so bleiben Deswegen Hira du zündest dir jetzt Keine Flunze an Aber wir können ein paar Pfeile schmeißen Wir können ein paar Pfeile schmeißen Machen wir das Wir wünschen euch Einfach einen schönen Abend Morgen Mittag Wo auch immer ihr gerade seid Einen guten Tag auf jeden Fall Und wir hören uns In der nächsten Folge Der Linken Heimer Und Gespräche Bye bye Ciao Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal